In der aktuellen Folge von Hoaxilla TV geht es, wie man schon sehen kann, um Kornkreise. Und die Leute, die sich professionell damit beschäftigen, die sagen, diese Muster sind so kompliziert und ungewöhnlich, dass die unmöglich von Menschen gemacht werden können, dafür muss es andere Erklärungen geben. Und mit genau diesen Erklärungen, mit ihrer Geschichte und einer kritischen Auseinandersetzung beschäftigen wir uns in dieser Sendung. Und wir können euch in dieser Episode von Hoaxilla TV die wahrscheinlich plausibelste und logisch klingende Erklärung für die Entstehung von Kornkreisen liefern. Und ihr könnt dann überlegen, ob ihr dieser Erklärung folgen wollt oder nicht. Dazu müsst ihr allerdings einschalten bei Hoaxilla TV auf massengeschmack.tv in HD, auch als Podcast und am allerbesten im Abo. Also einschalten. Hoaxilla TV